Dieses Haus wurde 1970 in Massivbauweise in Unterstockstall, einer Katastralgemeinde von Kirchberg am Wagramm errichtet und laufend instand gehalten. So wurden in den letzten Jahren zum Beispiel folgende Erneuerungen durchgeführt. Alle Fenster, das Dach, eine Wärmeschutzfassade, eine neue Heizung und das komplette Obergeschoss wurde neu adaptiert. Das Haus hat 160 Quadratmeter Wohnfläche und diese gliedert sich folgendermaßen auf. Im Erdgeschoss finden Sie ein Vorzimmer, eine möblierte Küche mit Essplatz, ein großes Esszimmer, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Wanne und Waschtisch sowie ein WC. Im Obergeschoss befindet sich eine kleine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, Waschtisch, Waschmaschinenanschluss und WC sowie ein großer offener Vorzimmerbereich mit Einbauschränken. Ein schöner südseitig angelegter Garten und eine überdachte Garage sind ideal für Leute, die Wert auf Frischluft liegen. Das Haus ist voll unterkellert und hier ist auch die Garage untergebracht. Die Beheizung erfolgt mittels Gaszentralheizung und einem Allesbrenner für feste Brennstoffe. Strom, Kanalwasser und Gasanschluss sind ebenso vorhanden wie ein Brunnen für Nutzwasser. Gas, 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 Gas. Bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kümmern uns gerne und professionell um all Ihre Anliegen rund um Immobilien.